ich bin ich ich bin ich davon sind eine Basen so ein grünes Kraut ich komme immer hinterher nicht dass wir irgendwie Trend werden oder so Geld öffnen es bestimmt doch so ein komisches Ding um Wütze Silber sind wir mal ein Schatz ich würde sagen wir gehen erst mal in das große hier da war Fisch drin Stirrfisch das sieht aus wie ein Aal oder eine riesige Zunge auch mal Gegenstand eine Handkanale nehme ich mal mit so unten gibt es hier in der Hütte mal nix das ist aber gut das war ja sehr toll das ist mal das kleine oh super Mann bist du ist der hässlich recht von dir ach da das ist die falsche Waffe was hat der denn auf dem Kopf ich wechsle mal lieber die Pistole hier habt ihr noch Granate ich komm mit der Steuerung derzeit nicht so ganz klar ja echt ich bin ganz so hinter uns ganz klar wollte ich sein ich stehe direkt neben dir fängt ja gut an ok ich renne mal ein Stück und durch den ich in den Rücken laufen kann konnte ich gerade aber das nächste Mal ich wenn in doubt run away boah der wollte gerade mit seinem scheiß Stock schmeißen so jetzt bin ich in den Rücken von den Zweien was ist mit in ihren Augen los Alter soll ich mir jetzt hier einmal ums ums Haus geh kaputt hab ich die hinter mir hergezogen aua er hat mich die jetzt umgehauen ne ich hab sie erwischt zumindest drei von den ua da ist noch einer da kommen immer mehr rausgesprungen aus dem Wasser oh bin ich tot ne das ist 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 schließlich ich nehme scheiße äh der guckt was aus dem Haus raus ich muss irgendwie meine Waffe wechseln er hat sich voll Matrix-Style weggeduckt Entschuldigung ne ist okay ich weiß wie mach ich denn wie tue ich den auf dem Wechsel Dreieck das ist so intuitiv äh nicht intuitiv jetzt hat er die schon wieder gewechselt äh guck mal hier ist noch Pistolen Munition nur weil ich immer mit L3 rennen will das ist falsch ja was ist doch normal gut den ersten Kampf ach jetzt hab ich schon wieder Pistolen Munition ich hab ja ne Ratatat Schrotgewehr war grad eben noch Gold jetzt ist es weg haben sie die Zombies vielleicht mitgenommen okay ansonsten war in der Hütte ja nix eine hätten wir noch dann haben wir noch die da hinten ne ja dann gibt's bestimmt was ist die letzte Hütte da muss es was geben eine Vase die man kaputt machen kann ich ignoriere vollkommen diese Schatzkiste die da steht äh geh doch rein du Pisser so was haben wir denn hier da haben wir die Tafel des Kriegers wie viel gibt's denn drei Stück oder was könnte sein oder vier das erste hätten wir damit erfolgreich hinter uns gebracht keiner gestorben immer nah dran drei viertel Energie noch wo hab ich eigentlich meine clever ich hab meine ach so ne so ne Waffe so ne so ne ähm ein Gewehr wär ganz nützlich gewesen hier glaub ich so jetzt hab ich halt nur die Pistole dann dann fahren wir wieder raus ähm wo wollen wir denn dann als nächstes hin ich würd sagen in der Mitte rechts oder ja falls es da überhaupt was gibt ja das ist voll raus hier mit dem Fahren ey das ist doch nö ey ich wusste doch dass die da irgendwie draufstehen was hast du am Ende am Anfang gesagt ja können wir nicht einfach abhauen ich ich okay das wird jetzt ein bisschen schwierig mit dem zielen aber ja ich wollte ja wolltest du ein bisschen Abstand gewinnen ja das macht es aber nicht leichter fahr mal näher ran oh ich fahr immer ich fahr immer geradeaus und dreh ich versuche dabei zu zielen das ist nicht leicht komm wir haben gerade dezent Schaden genommen äh äh zwei Schuss gesetzt ne ne also so so ne äh was ist das denn mit seinem besten hab ich den gehören ne ja ich hab ihn getroffen da sitzt der hier ich glaub wir sind zu weit weg für die nein weil die schießen nicht ja aber einen hab ich schon mal getroffen das ist ja schon mal den zweiten es ist aber auch nicht leicht hier mit dem kleinen laser pointe da ne ich triff die so nicht glaub ich ich kann nur ein ticken näher ran wenn du willst ja mach das mal bitte äh 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 dann gib mal Gas dann gib mal Gas lass mal lass mal einfach einfach abhauen wir, 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 wir fahren einfach nochmal gucken was jetzt passiert ifs oh da stehstw mei im Wasser und nochmal zwei ach fahr einfach wenns sein muss fahr lieber so drüber haha hahaha sondern auch einfach ich glaube da kannst du links dran vorbei ist das geste da auch wenn da jede menge da 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 steht einer auf der palisade und schießt auf uns Aua ach so das war ich dachte das wäre Gold ich benutze das mal hier in diesem Spray ja dankeschön ich dachte das wäre Gold gewesen ne ne ich glaube der Eingang ist links ja ich also jetzt rechts und da kann einem schon ein bisschen schlecht werden da wenn ich bei der ganzen Kamera gedrehe ja ich glaube da können wir ran also wir halten fest wir warten einfach so lange bis die Ding wieder aufgeht und dann ja ach jetzt müssen wir hier durch Wasser durchlatschen gefällt mir ja gar nicht ich bin da nicht so Fan von weil da jetzt wieder Musik kommt da vorne ist ein Krokodil wo ist ein Krokodil direkt da ist ein Krokodil fang ich lauf mal schnell ja können wir in das Boot rein ne aber da hinten ist ja die Hütte da ist noch ein Krokodil da können wir hoch da ist noch ein Krokodil da ist eine Leiter da ist eine Leiter da ist eine Leiter hoch schnell so also Krokodile sind schon mal kein Problem mehr jetzt habe ich nur so das Gefühl dass wir hier wohl auf da drinnen ist eine Kiste hier treffen wir bestimmt hier auf die Mr. Zombie Mulukka Lacken aber es ist nur ein Häuschen ne es sind zwei da hinten ist noch so ein Anhängsel aber ja ich bleib mal bei dir ne geh mal rein ich hab da was gehört ja über uns hallo ich hab dir jetzt zweimal in den Kopf geschossen nach Drehbuch musst du jetzt fallen Gold nochmal Gold hier ein Ei ich hab das Ei mit also ich hab keine Kräuter mehr ja ich hab noch ein grünes Kraut dann kann ich das gerade noch kombinieren könnten sie überlegen ob man es kombiniert so unter dem Schild ist nix wie kamen die da eigentlich ach da oben standen die ich hab gar nicht mitgekriegt ey hab die nur auf einmal dann die sind da runter gefallen ja da waren sie dann plötzlich so jetzt geh ich nochmal da oben ich geh erstmal drum rum AHHHHH geh ich wieder aus guten Tag ja da kann ich drüber hüpfen ja kann ich drüber hüpfen ja kann ich drüber hüpfen haben wir nur einen Ground House klub 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 ist da was übrig jetzt hab ich den so schön Ground House kickt einen ganz großen Blutfleck der irgendwie auch über das Loch im Boden geht Ich bin der Chuck Norris Afrikas. Ich habe den über die Dinger hier gekickt und kriege noch nicht mal was dafür. Ich habe schon wieder die Karte ausgemacht. Jetzt habe ich dein Gold weggenommen. Okay. Der dritte Teil. Das ist dann die Tafel des Raubvogels. Schick. Ich glaube, da fehlt noch eins. Hätten wir schon mal drei. So, und damit haben wir das ja auch abgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder runter und dann ganz schnell wieder... ...wahrscheinlich dürfen wir dann nochmal kämpfen oder so. Zurück zum Boot. Ja, denke ich auch. Okay. Einmal springen. Ach nee, ach, das stimmt. Da kommen ja die Ollen. Da ist es schon. Die dicke, dicke Krokodile. Der Dicke. Oh, fuck, da war glaube ich ein Käfer oder sowas. Bist du sicher? Wir werden mal gucken, ob ich sie ablenken kann, die dicken Krokodile. Also eins fühlt sich zum Fressen. Ein Rubin. Okay. So. Dann geht es aber schnell weg hier. Ja. Es hat so verlockend geblunken. 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 So. Da springen sogar Fische aus dem Wasser. Ja. Bisschen. Gut. Okay. Ihr werdet auch einsteigen. Dann würde ich jetzt sagen, sollen wir mal gucken, was da in der Mitte ist. Ja. Ups, jetzt habe ich die Karte schon wieder weg gemacht. Ich mach die auch mal weg, dann kann ich ein bisschen besser ziehen. Ach wohl. Nicht, ich lasse da. Ich treffe hier eh nix. Ich glaube, das ist in der Mitte. Also ist die kleine Hütte da rechts. Ach, guten Tag. Kann man auch landen. Ja. Vielleicht treffen wir den Typ ja von hier aus. Hühner! Nö, jetzt steht der Typ da oben nicht mehr. Oh, nicht schlecht. Hallo, Hühner. Ich glaube, man kriegt eine Trophäe, wenn man die Zombies mit verschiedenen Eiern abwirft. Gibt es hier Eier? Ich habe Käfer auch. Guck mal, Käfer. Braun. Brauner Käfer. Also ich habe gerade vorhin ein Ei aufgenommen. Ja, aber ich dachte, das wäre halt so... Ein weißes im Ganzen genutzt. Ich dachte, das wäre einfach so ein Schatz oder sowas. Nö, das war ein Ei. Okay, ich traue mich nicht hier aufzumachen. Warum? Schutgewehr-Mission. Ach, da mache ich eben auf. Ach, guck, ist das... Was ist das denn? Ein Kelch. Ah. Sehr schön. Und damit hätten wir das hier... Ah, hier sind Eier. Zwei Stück. Sind wir da nur noch mit? Ja. Kann ich hier drüber spinnen? Kann ich. Hallo, Hühner. Kann ich den noch... Was rum nehmen? Kann man das hier mitnehmen? Das sieht so schön aus. Löwchen! Komm her, du Hühnchen. Komm her, du Hühnchen. Ich versuche es jetzt einfach. Komm her, Hühn. Ein türkisches Ruh. Was ist das denn? Die sind so schnell. Ein braunes Ei. Die sind so schnell. Ja, wir stehen nicht. Ja, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Komm. Ich habe eins kaputt geschossen. Wie die so... Ich, ich, ich. Die sind so schnell, um so ein Messer zu erwischen. Aber kann drauf schießen. Fällt da ein Ei raus? Weiß ich nicht. Ich habe das... Ich habe meins ins Wasser geschossen. Das hat ein Ei gelegt. Ich brauche das Ei. Oh, ich kann hier was untersuchen. Es glüht noch. Wer hat ihn wohl benutzt und wofür? Ja, das ist ein... Kochsteller. Du, Heldin. Was ist das? Da glüht... Was ist das denn? Der Fisch, der schwingt. Ich bin gegen den Fisch gelaufen jetzt. Ist das ein Fisch oder ist das ein Hühnchen? Das ist was undefinierbares. Es ist ein Stück Fleisch. Aber da oben ist ja auch noch eine. Geh mal mal gucken. Komm mit. Da kommen ja gleich nur Handgranate. Ich bin voll mit Eiern. Ich habe ein Ei. Dafür sechs Handgranaten. Ich habe zwei braune und zwei weiße. Ja, und damit kann man die Typen bewerfen. Das weiß ich noch. Das mache ich dann gleich. Lass mal fahren. Wo fahren wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, nicht da, wo es blinkt. Nee, nach... Warte mal jetzt. Also entweder links oben oder jetzt direkt nach oben? Ich würde jetzt direkt nach oben. Warte, fahren wir dir. Au! Ich habe die Karte schon wieder ausgemacht, weil ich mit R2 Gas geben wollte. Setz so wrong button. Yes, I know. No. Yes, ich nein. Äh, ja, ich nein. Yes, ich nein.